Wie war das eben? 2600? 2625. Wow! Ich bin doch noch mal ein bisschen litro am Tank. Im dritten Gang passiert hier gar nichts. Es ist auch weniger Sauerstoff. Aber es knackt nicht in den Ohren. Noch nicht. Ich hab's nicht so oft gesorgt. Ging's nicht anders. Sensibel Gemüter, die fangen ja so über 3000 Meter an, schon zuerst das Problem von Höhenkrankheit zu zeigen. Höher als alle Schweizer Alpenpässe. Das Blütenpass mit 2600, den haben wir jetzt auch schon. Also dies müsste jetzt der höchste Alpen-Alpenpass sein. Mit der Kohl mit Seria und das ist ja bloß so ein Pumperungsein. So, was haben wir da? 2690. Der leckere Hand ist zwar kalt, aber es lohnt sich. Was ist das hier für Steine wachsen? Was ist das hier für Steine wachsen? Was ist das hier für Steine wachsen? Was ist das gerade hier? Das ist ein bisschen zufrieden. So. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020